Erotisch erwürzt es heute nicht mehr. Echt jetzt? Ich glaube, der ist sauer. Warum? Weil es nicht mehr erotisch erwürzt heute. Okay. Mach einen Strich im Kalender. Mach 10. Okay. Willst du noch weiter meckern? Nein. Mecker, mecker, mecker. Papa? Ja? Ich mache gerade Hausaufgaben und ich verstehe diese eine Frage nicht. Welche denn? Gibt es auch erotische Zahlen? Na klar. 218.593. Hä, warum? Ganz einfach. Wenn zwei sich eins sind und nicht acht geben, erkennen sie spätestens nach fünf Wochen, dass sie in neun Monaten zu dritt sind. Och, Papa! Na ja, da wurde ich doch tatsächlich gefragt, ob ich in einer ernsten Beziehung bin. Hm. Ernste Beziehung. Na ja, manchmal lachen wir auch. Hm. Prank an die Kinder. Luis, Stanley! Willkommen! Setz dich mal, wir müssen uns mal ernst auf jeden Fall. Ja. Ich finde, dass so, wie der Tag läuft, auch nicht richtig ist. Ich finde das nicht ganz in Ordnung, was ihr da macht. Okay. Ja. Deswegen die Strafe jetzt. Spink! Juhu! Alter! Guckt mal da hoch! Tudu! Guckt mal da hoch!